5. Oktober, Freitagabend und Innsbruck hat geladen zur Innsbrucker Shopping Night. Das Kauf aus Tirol ist natürlich auch dabei mit dem Mega-Motto Shop Me Amadeus und wir stürzen uns gleich ins Getümmel. Tatsächlich, man muss sich jedes Jahr was Neues überlegen und wir schauen immer, schließen uns manchmal in ein kleines Kämmerlein ein, damit dann wirklich die Ideen kommen und wir hoffen in dem Fall, dass es beim Publikum ankommt und dass alle ihren Spaß haben. Auch das Casino Innsbruck ist wie bei jeder Shopping Night im Kauf aus Tirol vertreten mit tollen Sofortgewinnen und das freut nicht nur den Casino-Direktor Robert Frieser. Ich finde, das ist eine sensationelle Position, was wir da haben und natürlich auch für uns, dass wir uns präsentieren können und gleichzeitig die Partnerschaft mit dem Kauf aus Tirol aufleben können, weil es ist ja schön, wenn wir die Preise von den Geschäftsleuten da verteilen können und ausspielen können. Ja, unglaublich, also wenn man sieht, was Innsbruck da aufstellt und was besonders das Kauf aus Tirol da aufstellt, ist das schon sagenhaft. Und jetzt kommen wir in den Körböckchen und das Körböckchen. Und jetzt kommen wir in den Körböckchen. Und war ein Packer auf der Lichte in der großen Stadt Und war ein Diener, war wie Jero und alle